KICKER TV, der Talk mit Marco Hagemann. Dortmund hat sich nicht übernommen, Dortmund war Konkurrent gewesen für Bayern München und das tut den Bayern weh. Und das tut ihnen auch gerade jetzt noch weh, obwohl sie wahrscheinlich dieses Jahr das Double holen. Und das ist etwas, was eben der FC Bayern München irgendwo auf den Plan ruft und dann am Ende auch an Spieler rantritt. Wie jetzt, Götze, Hummels, können wir ja alle durchgehen, Lewandowski, das ist aus meiner Sicht das Geschäft. Aber ich nehme das gerne hin, weil es ging um viel Geld und genau darum sitzen wir heute hier. Und wenn eben Mats Hummels dieses Angebot bekommt vom FC Bayern München, dann glauben Sie doch nicht, dass Mats Hummels jetzt da weniger verdient als in Dortmund. Also wir sind doch an einem Punkt, wo wir alle, auch die Medien, wissen müssen, dass dort so viel Geld fließt, dass in Bayern München eben auch nach wie vor Borussia Dortmund jeden Spieler wegholen kann. Aus finanzieller Sicht und das spielt immer eine Rolle. Und das würde ich eigentlich gerne mal dann auch so bestätigen, das war eben zu meiner Zeit schon genauso. Und dass sich das noch nicht geändert hat, das ist eigentlich schade, weil somit eben Bayern München die sportliche Vormachtstellung eben weiterhin hat und es schwer wird, Bayern München eben auch Paroli zu bieten.